Willkommen zurück zu Let's Play, Minecraft Adventure Maps, HJC, wieder mit dem Tim und den Fabio. Hier sieht man gerade, Rektalliebe ist doch die schönste Liebe. Alles klar. Okay, ja, dann würde ich sagen, geht's weiter. Ich glaube, ich war an, ne? Kacken. Ja, da hat Fabio gerade seine innersten Gefühle ausgesprochen. Sascha, ich liebe Kacken. Was, du willst kacken? Du willst Kacka essen? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was Fabio genommen hat, aber auf jeden Fall war es nicht gut für ihn. Also heute kommen wir auf jeden Fall bis zu dir. Ja, man, auf jeden Fall. So. Jetzt kannst du es mal ausgucken. Auf drei und so. Und geschafft. Warte mal bitte einen Moment, ganz kurz, ne? Ja. Wieso? Womit denn? Machen wir mal kurz die Musik aus. Ah, ne, ne, schon, es ist, ist okay, müsste okay sein. Oder? Fabio, machen wir die Musik aus. Hä, lol, warte. Oh Gott, ich bin, ah, ne, doch nicht. Ich bin, ich war gerade irgendwie verwirrt und so. Weil, ich hatte auf einmal mehr Frames, als ich eigentlich eingestellt habe. Ich habe nämlich 30 eingestellt. Aber er nimmt auf. Gut, er sollte aufnehmen. Ja, es nimmt auf. Ich hoffe, es nimmt auf. Na, wenn nicht, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke in Simi. Ich gucke deine Stimme auf. Ja, die nehme ich auf jeden Fall auf, das sehe ich. Also, ich gucke in so zwei Stunden und das nimmt nicht auf. Ne, ich kann ja, ich gucke gleich nochmal nach, dann müsste er eigentlich eine Minecraft-Datei erstellt haben. Aber ich glaube, er nimmt auf. Dann, Simi, wie macht man den Sprung hier nochmal am besten? Also, ich springe mal. Also, ich, ich, ich mach den entweder so, halt. Oder? Oder ich mach den so, guck. Ui. Ne, ne, geht. Was, Fabio, schaffst du? Ja, ja. Wie sieht die Musik eigentlich aus? Boah, ficken, ey. Ja, und zwar hart. Aber, aber du bist nochmal drauf. Ich muss von vorne anfangen. Jetzt muss er nochmal von vorne anfangen. Wann bist du schlecht, ey? Meine Maus ist gerade irgendwie ein bisschen mehr. Sascha, hast du hier den Entschadet in den Tablet gemacht? Ja, ich wollte dich nämlich nochmal zerbrunseln. Mit meinem Geil. Ich bin auf der Aufwand, zum Beispiel, hier bei der Challenge. Sonst schaff ich dir auch, aber mein erstes Geruch. Er leckt meine Maus durchgehend, das ist irgendwie, ich muss mal ganz kurz in die Maus reinpusten. Was bringt dir das, in die Maus reinzupusten? Ich hab, äh, unten dort, ich hab so eine Infrarotmaus. Und vielleicht, wenn da mal Staub drin ist, dann, äh, stört er manchmal so. Und mit diesem roten Lichter, ne? Ja. Äh, eigentlich nicht. Nicht schon. Hä, was hast du denn? Ich hab besser. Er hat so diese normale Maus mit diesem, mit diesem, mit dieser Rolle, oder? Ne, ne. Ne, was dann? Keine Ahnung. Aber irgendwas, aber das ist besser als die beiden anderen Sachen. Oh, Alter. Aber Fabio, gib dir doch mal Mühe, ganz ehrlich. Vielleicht auch so ein bisschen Infrarot. Aber... Aber besser, natürlich. Aber ohne Licht. Oh, mit ohne Licht? Ja, mit ohne Licht, ey. Lichtigung. Ne, keine Ahnung, irgendwas. Na komm Fabio, spring dir nochmal hinterher, damit ich dich dann was... Spring dir nochmal. Oh, okay, ich fall dir nochmal hinterher. So, schuss. Mann, ey. Ich bin schon immer so weit, und dann spring ich einfach nochmal, wenn ich schon drauf bin, oder? Nein, also... Aber Fabio, wir wollen ja auch noch ein bisschen weiterkommen. Zu früh, wir haben die Eier. Auf welche Eier? Ja, ich gehe jetzt mal zur Sicherheit. Irgendwie leckst du dann gerade wieder so ein Stückchen. Nein, der Sprung hat mich gedeckt. Einfach halten, ja? So. Und weiter hier. Nein. Ach, scheiße. Fucky, fucky. Fucky, fucky. Nick, Alter, gehen wir nicht auf die Nische hin. Das war ich nicht. Nein, beim letzten Sprung, das gibt's doch nicht. Also, bei diesem vorletzten Dings, irgendwie... Irgendwie kackt gerade meine Skype-Meine-Internetverbindung ab, weil bei Skype hört ihr euch gerade so nuttig an, ne? Ja? Ja, das ist weiterhin... Also, ich... Warte mal, warte mal. Ich mach kurz. Lola, jetzt haben sie aufgelegt, jetzt bin ich ganz alleine. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, das hört sich viel erotischer an. Ja? Ja. Oh ja, wagen. Ja. Alter, Fabio, du gehst mir gerade sowas von auf die Nüsschen wieder. Ui. So, ich guck nochmal ganz kurz, ob ich jetzt wirklich aufnehme. Ey, da springt der nicht, ey. Sie gibt's doch gar nicht. Ja, ich nehme auf. Das ist wunderschön. Das ist schlau. Das ist vorteilhaft. Der Papa, hm? Der Dama. Ach, scheiße, komm schon. Staufenberger, guter Mann, der Staufenberger. Alter? Ey, das gibt's nicht. Ich mach dir gleich, ich mach dir die Tür gleich zu und mach dir nicht mehr auf. Das sei denn, du kommst. Aber ich bin auch noch da, also. Ja, ich hab ja auch gesagt, das sei denn, du kommst. Na, ah, nein, müssen wir. Lol. Ich lieb dir immer schon, bevor ich abgesprungen bin. Ja, ey, ging mir auch gerade so. Ey, Mann, ey, diese... Rundherumlauf-Teile, ey. Ich verkack grad... Ich bin noch nicht alles dran gekommen. Ich verkack grad, äh, die ganze Zeit beim zweiten. So, walk around the edge, make sure you don't jump also. Ja, beim zweiten hab ich grad verkackt. Aber beim zweiten ist das immer so komisch. Beim zweiten hab ich auch grad die ganze Zeit verkackt. Lol, ich hab mich da rübergeleckt. Egal. Zählt als... Oh, scheiße. Zählt als geschafft, ey. Oh, mein Jau. Sing-Shong-Shang-Shi... Ey, das gibt's nicht schon wieder bei dem Scheiß-Teil, ey. Baka-Tong-Kwang-Shi-Shong-Kwa. Auf, bei dem Scheiß-Bohm zu schießen. Genau, Fabio, böser Junge. Sonst versuch ich dir den Po. Nein, ich glaub... Alter, ich leg mich andermann darüber. Und geschafft. Ey, es gibt's doch nicht, ey. So, kurz ein Schluck. Kein Schluck, ey. Ey, man, es hört's... Wenn die hier runterfallen, dann hört's sich an, als ob die sich alles brechen, alter. Ja, genau so. Ja? Ja. Sascha, er sagte nicht, dass sie sich übergeben, also so, dass sie brechen, sondern dass... Nein, da lauf ich zu bald. Es gibt's doch so weiche Beine brechen. Ja. Ja. Also... Ey, das ist für die Kacke. Ja, ey. Ihr seid eben schlecht. Ihr wurdet schon schlecht geboren. Ja, ja. Lava. Ja. Ja, johle, maul, ey. Jetzt schaffst du's, mein Lieber. Oh, ist mein Lieber, Tim. Na, was? Weißt du, der Lechtling hat sich halt da rum. Weißt du, bestimmt so wie bei dir. Das ist bei mir auch so. Und dann lauf ich halt weiter, auf einmal läuft der dann da so richtig weit und dann komm ich nicht mehr rechtzeitig Schiff drüber. Ja, aber meiner leckt sich dann immer da rauf, das ist voll komisch. Was ich, Fabio. Oh, ne, schtisch. Und ein Fahrwerk hat's auch geschafft. Yay. Ui. Aber fahr mal denn hier schön. Ein paar CDs, sag mal, mit bisschen Mucke an hier. Blocks. Geil, dass ich hör nix, weil ich zu weit weg bin und den Sound ganz leise habe. Oh, ey. Oh, Tim, die Situation kennen wir ja schon. So, als kleine Info, wir haben eigentlich schon mal aufgenommen vor einer Woche und da hatte Tim einfach mal mega dick schlechte Laune und wir haben es geschafft und er hat die reine Zeit rum geflamed und dann haben wir am Ende die auch noch mal unterbrochen, weil er keinen Bock hatte. Dann hat er mal wieder sein geliebtes MT2 gespielt. So, bei mir schwebst du gerade. Ich weiß. Was hat das? Ich fand er nicht weiter, ich weiß auch nicht, man. Boah, hier ist der Arschdunkel. Nein, eben nicht. So, weil es ist das, wie die nächste Challenge, ich kann mal so Arschdunkel. Ich weiß. Wie so dunkel. Alter, ich rede, ich rede. Mach scheiß Musik aus, Fabio. Bei mir hat, hat, hast du nämlich gerade irgendwie so zwischen den zwei Blöcken geschwebt. Das sieht voll komisch aus. Jawohl, Tim. Wieso eigentlich geliebtes MT2, Fabio? Du gesneakt, ey, ist das behindert, ey. Ey, du musst einfach nur springen um die Ecke. Also ich bin gesprungen, um die erste gelaufen und um die zweite so gesprungen. Das war ja gerade bei der ersten. Bei der ersten bin ich ja gelaufen, aber ich laufe die ganze Zeit so weit, das ist ja bei mir. Oh Gott, die muss ich gerade an, ey. Lol, wie sieht es auf einmal so dunkel? Ey, ich, ey, bei mir ist meine scheiß Tasse kaputt. Achso, es ist Nachthäuser. Ich laufe immer weiter. Ich laufe immer zu weit da einfach. Keine Ahnung. Oh Gott, kurz die Musik gerade an, ey. Los, Fabio, mach die Musik aus. Oh, nein. Spinnst du einfach nicht. Weißt du, weißt du, ich... Oh, ey. Finde ich Melody so toll. Dann nicht. Ey, weißt du, immer wenn ich... Ich hab's danach nochmal so ganz kurz probiert, gleich beim dritten Anlauf geschafft und jetzt die ganze Zeit, ey. So, so lass ich jetzt die Kamera perspektive, das sieht ganz nice aus und dann sehe ich alles, was Tim macht. Kleiner Bobby. Störst du dich hier? Ja. Ey, Tim, ich mach'n Sahnschuss. Nicht bewegen. Ey, nicht bewegen, Mami. Danke für das Feil. Keine Ahnung auf dich schieben. Bei mir stehst du schon wieder in der Luft, ne? Alter, du bist schon in der Luft. Alter, was... What the fuck? Hey, Jens. Geister! 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 Weißbrot. Weißbrot. Kleiner Kack. Ich schaff' einfach dieses Laufen dann nicht. Ja, aber... Oha, hat's geschafft und? Ey, ich guck, ich lauf, ich lauf immer zu weit. Du siehst doch immer, dass ich's schaffe, aber... Ja, du kommst noch rüber, aber du läufst dann weiter. Oh, Fabio, Alter, ey. Du kannst keine Leiter, wo du laufst. Du bist so, so asozial. Bist so inkompetent. Ich hab' mir runtergeschossen, also die Leiter. Und... Autsch. Incompetent. Okay, so, jetzt der zweite... Okay, und jetzt hüpfen, aber nicht sneaken, einfach nur hüpfen irgendwie so. Nee, nicht hüp... Oh. Ey, das ist doch... Ich sneaker immer, ey, Alter, wirklich, ey, ich schmeiß gleich meine Tasse zugegen die Wand. Ganz kurz. Ganz kurz, ich muss kurz meine Tasse zugegen die Wand schmeißen. Ich bin gleich wieder da. Spruch. Wir kommen heute definitiv zu... Diamant. Ja, komm mal, wir machen das halt definitiv durch, Junge. So gut, wie wir es jetzt sind, das ist Wahnsinn. Ja, aber ich bin ehrlich gesagt dafür, dass wir Lapis wirklich zum Ende machen, weil das ist insane. Oh, Tim, hast du geschafft. Hammergeil. Kaum bleib ich draufstehen, naja, ne geile Sache, du. Ne, ich will, ich will, ich will, ich will Lapis, also ich will es in der Reihenfolge machen, wie es auch wirklich vorgesehen ist. Ja, ich fand eigentlich auch. Es ist so dunkel, es ist so hammer. Oh ja, hab ich die Brightness auf dem höchsten? Ja, ich auch. Ich hab's auch, also hab ich die Brightness auf Moody. Weiß ich nicht, wenn du dein Minecraft auch mal gelöscht hast? Ach ja, hab ich ja irgendwann mal gemacht. Also ich hab den nicht gelöscht, ich hab immer die Jars ausgetaucht, ich hab ja noch eine Jars für eine Alpha. Oh ey. Ich hab noch eine Alpha Jar, oh fuck. Da springt man dann gegen, da muss man das genau hingucken. Ja, Minecraft war damals noch viel besser. Da musste man nur bauen und nicht irgendwie in den Messer gehen oder in den End gehen oder irgendeine Scheiße. Ja, also im Game Mode kann man auch bauen, Sascha. Ich weiß, aber Minecraft damals basierte nur auf bauen. Oder auf Diamanten finden oder eine Mine machen halt. Daher auch. Ah, ich weiß. El Clasico. Ja, ich hab ja noch die 1.1.2 Alpha-Version. Alter Fabio, ey. Ich bring mich die ganze Zeit von die Scheißbirne, Alter. Ja, ich seh nichts, wenn Sascha, 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 Eingeweide da sind. Oh ja, was. Meine geilen Inkompetenz Eingeweide. Nein, es gibt's nicht. Ist da so ein Scheißblock? Leu, wieso sprintet der bei mir da nicht, ganz ehrlich? Da vorne ist ein Block. Ich bin ja die ganze Zeit gegen. Oh, ich hab's einmal geschafft. Da läufst du wieder dazwischen, Alter. Du kotzt mich grad so an. In der Scheißpässe. Das gibt's grad nicht, ey. Alter, wieso muss dieser schwule Block auch so schwul sein? Das ist voll dreckig, Alter. Wieso haben wir da einen Block hingemacht? Weil mir hieß man, mein... Ach, ich spring schon wieder gegen den Scheißblock. Ich vergesse es einfach. Ich vergesse es einfach. Ja, mein, vergisst das... Jetzt spring ich gar nicht. Ja, ich vergesse den einfach. Alter, ich mach grad meinen PC so... äh, meinen Bildschirm direkt vor meiner Fresse, ey. Ich hab' hier ein bisschen was eher. Diese Fremd sind ja da nicht. Aus dem Weg, Alter. Ich fiss dich, Hammer. Das gibt's doch nicht. Ich sag' jetzt aber jetzt... Bin zu nah an der Wand, das ist... Alter, was, wir hatten da so einen Pimmelblock hingesetzt, ganz ehrlich. Ja, der Entwickler? Ah, der ist schwul. Ah, sieht so aus. So, jetzt... jetzt... Block. Ah, jetzt schluckt der gar nicht. Ich hab's geschafft, ey. Alter, Fabio, du schaffst. Ich war da auch schon obendrauf. Auf dem Block war ich auch schon, auf dem du gerade warst. Und auf den danach. Du sprittst ja nicht ganz ehrlich, entweder der Sprintsee oder der Friede mit einer dreckigen Fresse gegen diesen Fotzenblöden. Ja, du darfst nicht zu nah an der Wand sein. Das sprichst du einfach nicht. Du bist zu nah an der Wand. Oh, ich hab's doch fast geschafft, Jamal. Alter, ey. Mein Bildschirm ist so deich, ich muss ihn mal putzen. Ich rotz die ganze Zeit gegen meinen Bildschirm. Ja, ich bin oben. Alter. Lange nicht geschafft. Schnauze. Ah, ich hab's geschafft. Alter, da springt der nicht, ganz ehrlich. Du bist doch so eine kleine... Oh, wo ist jetzt hin, Fabio? Ach, da sehe ich den. Äh, ja genau, da drüben, da wo der Pfeil ist. Äh, welcher Pfeil? Warte. Achso, ja. Äh, da war's ja. Und dann auf den Meta-Red-Stomp. Ja, ich seh's, ich seh's. Ich bin nicht dumm. Okay, ich hab's wieder geschafft. Das gibt's doch nicht, Fabio. Ja, das hat nichts mit Dummheit zu tun. Ja, doch, einmal. Wenn dann nur mit Schlechtheit. Ja, geschafft. Es gibt's doch nicht, ey. Ach, so ist ja. Das würde gerade auf... Ich hasse meine Tastatur. Alle hassen die. Ja, ich hab's ja auch. Ah, Bruder. Springig, springig. Ja, meine Tastatur benutzt, sagt, dass sie scheiße ist. Hm. Muss ich mir mal neu kaufen. Ich glaub, ich hol mir eine, die leuchten kann. Ja. Leuchtet? Leuchtet im Dunkeln. Ja. So richtig unnötig. Nee, aber die ist gut und die leuchtet. Ach, du hast so das Gefühl, es ist ein Kackbom. Was? Ein Kackbobby. Was ist ein Kackbobby? Hm, deine Oma ist ein Kackbobby. Ja, hab ich auch gehört. Alter, ich hab blockiert. Leucht. Ah, Fabio, jetzt nervt mich nicht. Ey, sag doch aus dem Creative da oben rum, Scheißer, ey. Natürlich, wieso nicht? Was ist denn mal mit dem Creative? Ja, das ist einfach geil, Mann. Aber du bist Gott. Was sagtest du? Du bist einfach gay. Ja, ich bin gay, Junge. Und ich werde glücklich nach Hause kommen und dir deinen Anus penetrieren. Nur damit du es weißt. Denn ich bin gay. Oh, ich dachte, ich hätte es gar nicht geschafft. Gut. Erstmal die Kacke abwischen. Die Kacke abwischen? Von deinem Bestand bist du dagegen geschissen? Mach ich ganz oft. Du etwa nicht? Nö, also nicht zwanghaft. Ja, also, äh, ich schon. Ja. Ist das nicht, dass die... Ach, doch nicht, Fabio. Oh, ich hab's geschafft, ne? Das war ja verdammt schwer. Alter. Ich muss sagen, diese Challenge ist extrem schwer. Es hält auch ein Game Mode, to creative mode. Ja. Was ist wie so? Das kann. So ein Scheiß-Bob, ey. Ja, weiß ich. Was kannst du? Was ist es nicht mal geschafft, mich runterzuschießen, du Scheiß-Bob? Alles klar, jetzt gleich weiter. Bei zwei Versuchen hast du es nicht gebacken bekommen. Oh, aber so eine Scheiß-Leitern-Denks. Oh, ich weiß schon, dass ich die hassen werde. Ich liebe so etwas. Sneaking is your friend. Ich weiß. Ja, mein einzigster Freund. Sneaking.